Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man sein Netflix-Konto löschen und somit dann auch sein Abo bzw. die Mitgliedschaft schnellstmöglich kündigen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir zu unseren Netflix-Kontoeinstellungen gelangen. Hierfür entweder auf die offizielle Webseite www.netflix.com gehen, anschließend natürlich eingeloggt sein und hier oben rechts einmal auf dieses kleine Symbol gehen. Dann können wir nämlich auch schon auf Konto draufklicken und zu den entsprechenden Einstellungen gelangen. Da die meisten sich aber vermutlich direkt in der App befinden, zeige ich das Ganze auch einmal bei der App auf meinem PC und zwar müssen wir dann auch wieder hier rechts oben einmal hin und dann auf die drei kleinen Pünktchen gehen, um anschließend auch die Einstellungen auswählen zu können. Bei den Einstellungen schauen wir jetzt einmal hier oben, haben wir schon Konto und gehen dann anschließend direkt auf die Kontodetails, weswegen sich dann auch die entsprechende Webseite eröffnet. Im nächsten Schritt können wir auf der linken Seite auch schon den Button Mitgliedschaft kündigen entdecken. Da klicke ich jetzt einfach mal mit der Maus drauf und anschließend werden wir nochmal gefragt, ob wir unsere Mitgliedschaft wirklich sicher kündigen möchten. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, dass die Kündigung am Ende dann meines Abrechnungszeitraums am 29. Juni 2021 inkraftet, das ist ja meistens relativ interessant und ich könnte den Account auch jederzeit wieder reaktivieren, da meine Vorlieben bei den Filmen für ungefähr 10 Monate dann gespeichert werden. Den Haken hier setze ich mal nicht, da ich anschließend keine Werbung mehr haben möchte und ich klicke einmal auf Kündigung abschließen. Wir erhalten sofort die Bestätigung, dass die Mitgliedschaft jetzt gekündigt worden ist und ich bekomme übrigens auch noch eine E-Mail-Bestätigung an meine E-Mail, die hier natürlich hinterlegt ist. Hier unten drunter könnte ich auch nochmal etwas dem Service helfen, warum wir jetzt Netflix eigentlich gekündigt haben, das brauche ich in meinem Fall nicht machen und anschließend klicke ich noch auf Fertig und somit haben wir jetzt auch schon das Netflix-Konto und somit auch das Abo richtig gekündigt. Wenn du dir es am Ende übrigens doch noch anders überlegst und dir einen neuen Smart-TV zulegen möchtest, um einfach Netflix in bester Qualität genießen zu können, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den der Zeit besten Smart-TVs. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.